Das Windforce Kühlsystem verfügt über drei neu gestaltete 110 mm Bionic Shark-Lüfter, abwechselnd drehende 7 Verbundkupfer-Heatpipes, eine große Dampfkammer, die direkt die GPU berührt, aktive 3D-Lüfter und Bildschirmkühlung, die zusammen für eine hocheffiziente Wärmeableitung sorgen. Reduzieren Sie Turbulenzen benachbarter Lüfter und erhöhen Sie den Luftstromdruck. Der aktive 3D-Lüfter bietet semi-passive Kühlung und die Lüfter bleiben ausgeschaltet, wenn sich die GPU in einem Spiel mit geringer Last oder geringem Stromverbrauch befindet. Der Luftstrom wird durch die dreieckige Lüfterkante verteilt und sanft durch die 3D-Streifenkurve auf der Lüfteroberfläche geleitet. Grafen-Nano-Schmiermittel kann die Lebensdauer des Gleitlager-Lüfters um das 2,1-fache verlängern, was der Lebensdauer eines Doppelkugel-Lagers nahe kommt und ist leiser. Der verlängerte Kühlkörper lässt Luft durch und sorgt so für eine bessere Wärmeableitung. Die Metallrückplatte sorgt nicht nur für eine ästhetische Form, sondern verbessert auch die Struktur der Grafikkarte, um einen vollständigen Schutz zu bieten. Die Dampfkammer steht in direkten Kontakt mit der GPU, gekoppelt mit den zusammengesetzten Heatpipes, die die Wärme der GPU und des VRAM schnell auf den Kühlkörper übertragen. Die Werkseinstellung ist der OC-Modus, der Benutzer die beste Leistung bietet. Wenn Sie jedoch in den Silent-Modus wechseln, genießen Sie ein ruhigeres Erlebnis. Die neue Anti-Sec-Halterung ist auf jede Grafikkarte abgestimmt. Es bietet die optimierte Verstärkung und ein besseres optisches Gesamtbild. Die legendäre 3-Ring-Beleuchtung sorgt für exzellenten Sehgenuss. Sie können einen beliebigen Lichteffekt auswählen oder mit anderen Geräten im Gigabyte Control Center synchronisieren. Wenn eine Anomalie der Stromversorgung auftritt, warnt die Anzeige die Spieler durch Blinklicht. Sie können den Preis und die Verfügbarkeit dieses Modells herausfinden, indem Sie in der Beschreibung des Videos nachsehen, wo ich alle notwendigen Links angegeben habe. Nun wollen wir sehen, wie die Grafikkarte in Spielen abschneidet. In der Tabelle habe ich die durchschnittlichen FPS bei maximalen Grafikeinstellungen angegeben, gemessen bei drei Auflösungen. 1080p, 2K und 4K. Wie Sie sehen können, können Sie alle Projekte spielen, sogar die anspruchsvollsten. Natürlich sinkt die Leistung der Grafikkarte mit zunehmender Bildschirmauflösung, aber Nvidia DLSS und AMD FSR helfen dabei, die Bildrate des Spiels deutlich zu erhöhen. Und jetzt wollen wir herausfinden, was echte Kunden über diese Grafikkarte sagen. Negative Aspekte. Der HDMI-Anschluss funktionierte sofort nicht mehr. Und das sind die positiven Seiten. DLSS 3 ist großartig. Treiber sind stabil. Blitzschnelle Geschwindigkeit. Solider Lieferumfang. Die Karte sieht fantastisch aus. Die Thermik ist noch nie über 65 Grad gestiegen. Es gibt keinen Lärm. Das war's mit unserem Testbericht. Wenn Sie den aktuellen Preis dieses Modells wissen wollen, klicken Sie einfach auf den Link in der Beschreibung unter dem Video. Dort finden Sie alle Links, die Sie brauchen. Teilen Sie uns gerne Ihre Meinung in den Kommentaren mit. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Kanal abonnieren und dem Video ein Like geben. Drücken Sie auf die Glocke, um das nächste Video nicht zu verpassen. Alles Gute und bis bald!